Und aufgeregt? Gut, dann geht's jetzt los. Bitteschön. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, zu einem ganz besonderen Anlass. Wir haben euch ein neues Teammitglied vorzustellen, und zwar die House Red. Unsere House Red wird in der Abwehr spielen und wird für die finanziellen Folgeschäden von euren Einrichtungsgegenständen einstehen. Dafür ist kein Laufweg zu schade. Sie ist auf dem Platz flexibel einsetzbar und sucht für dich immer die perfekte Lösung. Auf dem Transfermarkt konnten wir sie günstig erstehen, was aber nicht bedeutet, dass ihre Leistungen zu unterschätzen sind. Denn ihre Leistungen und ihre Stärken sind über dem Durchschnitt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und bin mir sicher, dass ich mein ganzes Potenzial ausschöpfen werde. Dann eröffnen wir hiermit die offizielle Fragerunde. Und gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Fragen zu oder an unsere House Red? Bitte? Ja, was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal? Ich bin ein absoluter Abwehr-Arounder. Einer, der auf individuelle Bedürfnisse eingeht. Ich decke vieles ab, was sich im Zuhause der Fans befindet, und das zu einem unschlagbaren Preis. Das Wichtigste ist mir aber, dass ich das mir entgegengebrachte Vertrauen bestätige. Ich gebe zurück, was ich verspreche. Gibt es weitere Fragen? Bitteschön. Sie spielen ja in der Abwehr. Was denken Sie denn, welche Gefahren können, auf Sie zukommen? Dinge wie Sturm, Hagel, Rohrbruch, Diebstahl, Feuer. Die gute Nachricht ist, mit mir in der Abwehrkette retten wir jede finanziell unerwartete Situation. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Wenn dem nicht so ist, dann bedanke ich mich bei allen fürs Kommen und schließe die Vorstellung unseres neuen Teammitglieds, der Hausrat. Dankeschön. Hol dir jetzt die Hausratversicherung. Ab 1,35 Euro pro Monat. Catch the Hausrat. Na, 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 na.